So, Dille, weiter geht's. Da ist mir doch letztes Mal in der letzten Folge am Ende, hat man ja gehört, dass, äh, entnervte. Äh, da ist mir Fraps leider abgeschmiert, weil die Platte grad ein bisschen voll ist. Die quillt ein bisschen über mit den ganzen Let's Plays, die da momentan so laufen. Und ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren, wo wir hier sind. Achso, ganz kurz noch zur Monsterfalle hier unten, ne? Also nicht Monsterfalle, sondern, äh, hier zum, äh, Dungeon. Aber da hab ich's schon vorweggenommen. Wie wär's denn, wenn wir hier eine kleine Monsterfalle reinbauen, direkt um den Spawnpoint. Wenn da unten wirklich einer ist, dann legen wir den bei Tag frei, weil dann spawnen keine Monster, weil's ja hell ist. Und dann machen wir hier einfach direkt ne Monsterfalle drumrum, sodass wir einfach zuschauen können, wie die Viecher krepieren. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon halten würdet. Ich guck jetzt erstmal, was wir hier alles haben. 55 von den Dingern ist jetzt nicht so viel. Da gehen wir nochmal schnell ein bisschen Holz sammeln. Also in Sachen Monsterfalle ruhig mal Bescheid sagen in den Comments, was ihr davon haltet. Ansonsten ist euch vielleicht aufgefallen, dass hier wieder einiges anders aussieht. Und jetzt klimpert gerade im Hintergrund die Musik, da komm ich auch gleich zu. Ähm, und zwar habe ich mal ganz klammheimlich ein neues Texture-Pack installiert. Das werde ich auch auf Gronk.de diesmal verlinken, ebenso wie das andere, weil ihr müsst entscheiden, mit welchen Texturen wir spielen. Also du, genau du musst das entscheiden. Ja, brauchst du gar nicht so zu gucken. Das ist einfach deine heilige Pflicht gegenüber allen anderen Zuschauern. Die verlassen dich auf dich. Und entschieden wird natürlich wie immer auf Gronk.de. Das Video ist, äh, verlinkt da unten in den, äh, Videosinfos. Da ist ein schnieker Link. Einfach draufklicken. Und da kommt man auch direkt zur Umfrage, welches Texturen-Pack wir nutzen wollen. Soll es das Originale sein? Oder soll es das hier sein? Oder soll es das RPG-Texture-Pack sein aus dem, äh, aus dem Let's Show? Oder hat vielleicht jemand noch andere Vorschläge, was wir da benutzen können? Oder sollen wir ab und zu mal wechseln? Aber das können wir ja später besprechen. Erstmal geht's ja darum, was wir jetzt benutzen. Und da plempert mir schon das liebliche Klavier ins Ohr. Aber zum Thema Musik nochmal ganz kurz. Ich wollte ja die Playlist inzwischen erweitert haben. So wie die Umfrage das vorgesehen hat. Und ich bin auch heilfroh, dass ich das nicht manuell alles bespielen muss. Aber, hallo, ja. Aber leider, ähm, frisst der meine OGG-Files nicht. Also man macht da keine MP3s rein, sondern das sogenannte OGG-Format. Jetzt hab ich grad vergessen, wofür es steht. Ich hab's vorhin noch gelesen oder neulich oder keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hab ich da jede Menge Musik-Files reingeballert. Aber der frisst es einfach nicht. Und ich weiß nicht warum. Dabei hätt ich da noch ein paar schmissige Lieder. Alter Schwede. Hier ist schon wieder sowas Geiles. Können wir ja mal Cliffhanger nachspielen oder sowas. Oder hier irgendwie Suizidkommando Nord. Also ich bin inzwischen echt froh, dass ihr euch für diese Karte entschieden habt. Weil Welt 2 ist, muss ich mal sagen, ich glaube, das ist eine extrem geile Karte. Das kann man nicht anders sagen. Und ich bin mal gespannt. Bald ist ja Halloween. Dann kommt auch das Halloween-Update. Das Versprochene. Also für Minecraft. Das ist natürlich für Premium-User kostenlos dabei. Wenn man die 10 Euro bezahlt hat, dann kriegt man alles umsonst. Und in dem Halloween-Update gibt es dann die Möglichkeit, wenn man die Welt erkundet, noch auf andere Landstriche zu treffen. Um das kurz zu erklären. Bisher war hier immer alles grün und Wiesen und vielleicht mal ein Strand und Wasser hier. Siehst du ja, Plitsche, Platsche. Ähm. Aber. Ab dem Update wird es so sein, dass man dann, wenn man ein wenig herumwandert, durch verschiedene Landstriche kommt. Wie zum Beispiel in eine verschneite Gegend oder mal eine Wüstenlandschaft. Oder vielleicht auch mal, ich weiß es gar nicht, was da noch alles geplant ist. Vielleicht ja auch eine Herbstlandschaft. Kann ja sein. Ich werde für Halloween auf jeden Fall einen Halloween-Texturenpack nehmen. Das ist dann so ein bisschen herbstlicher gestimmt, damit wir ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Und zwar gibt es genau von diesem Texturenpack hier gibt es dann auch eine Halloween-Version. Die gibt es, glaube ich, jetzt schon. Aber ich wollte erstmal die grüne machen. Und nicht zu voreilig sein. Und die kloppen wir uns dann ganz gemächlich rein. So, wir sind hier die ganze Zeit am Bäume kloppen. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Aber wir brauchen natürlich jede Menge Holz, um unsere Strandhütte da zu bauen. Und ich glaube... Wird das gerade dunkel? Verdammt. Ich wollte jetzt nämlich nicht in der tiefsten Nacht bauen unbedingt wieder. Weil das dann doch... Doch, es wird dunkel, verdammt. Weil es dann doch immer ein bisschen lahmarschig ist, wenn man dann die ganze Nacht über da auf der Insel hockt. Und dann die ganze Zeit plöpp, 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 irgendwas baut. Tagsüber geht man hier aufs Festland. Plöpp, 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 baut irgendwas ab. Hier könnten wir theoretisch schon mal den Bambus abernten. Ich glaube, das mache ich mal. Da laufe ich gleich mal durch. Dann haben wir gleich welchen für die Insel. Und für später auch. Plopp. Merken bei Bambus, da ist was daneben gegangen. Bei Bambus immer nur die oberen beiden Dinger abschneiden, weil das unten wächst wieder nach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich beeile mich mal ein bisschen, bevor die Zombies kommen. So, zack. Da kann ich jetzt hier am Wasser direkt kann ich das einfach mal so hinbauen. Und das wird dann einfach wachsen. So, meine Angst wächst ja auch gerade. Deswegen hüppe ich mal ganz schnell wieder zurück zur Insel. Da nehme ich jetzt mal die Abkürzung. Und da müssten wir uns bald eigentlich auch mal einen Weg bauen, damit wir ja nicht immer durchs Wasser müssen. So, da sind wir wieder. Trautes Heim. Glück allein. Und dann baller ich mir hier erstmal ein paar Fackeln dran. Damit ich besser wackeln kann. Hahaha. So, jetzt ist die Frage. Was bauen wir uns denn hier Schönes? Wie wäre es denn mit einem... kleinen Laminatboden? Ich möchte jetzt hier nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Ich habe hier jetzt letzte Nacht schon aus Versehen... in einem Anfall von Wahn alles gebaut. Jetzt holen wir uns jetzt mal ein paar Bretter raus. Das wisst ihr ja schon, wie das geht und so. Das ist ja... Das muss ich ja alles nicht mehr erklären. Tralali, tralala. So. Brett Pit hier ordentlich ablagern. Hurra für alte Witze. Jetzt haben wir erstmal ein paar 64er Stacks. Und bevor wir die anderen Dinger da missbrauchen... Nehmen wir erstmal die 64er Stacks und... ballern die hier unten in die Leiste. Mit der Wolle. Mal gucken, was wir mit der Wolle machen. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht machen wir hier irgendwie einen schönen... äh... Flauscheteppich rein. So ein Floccati. So, dann... Den legen wir dann quer durchs Schlafzimmer. Weißt du Bescheid? So. Dann mache ich mal folgendes. Hier hole ich jetzt nochmal den Sand raus. Damit die Struktur des Hauses auch stimmt. Sozusagen. Kann ja nicht sein, dass die Hälfte des Hauses irgendwie auf Sand gebaut ist... und die andere auf Holz. Das geht nicht. Dann war ja ganz klare Qualitätsrichtlinien. Hier beim Fertigbau. So, dann haben wir hier unten quasi schon einen angefangenen Keller. Das ist jetzt nicht sonderlich elegant. Das hole ich mal da raus. Und dann packe ich hier mal ein Stückchen Erde hin. Womit ich dann einmal ganz kurz hochspringe. Und einfach mal gucken. Damit wir hier keinen unerwarteten Besuch kriegen. Machen wir hier mal ein bisschen... Licht ringsrum. Außerdem sieht man dann auch ein bisschen besser. So. Halten sich auch alle fern? Das habe ich besonders gern. So, jetzt machen wir auch nochmal folgendes. Nee, wir haben gerade keine Stäbe. Stäbe brauchen wir auch noch eine Menge. Also hier Stöckchen. Da mache ich uns einfach mal 64. Schaden kann es auf keinen Fall. Und aus den 64 Stäbchen... machen wir uns jetzt nochmal 64 Fackeln. Gibt es da auch was von Fackeln, Mann? So, zack und zack. Und man mag mich ja paranoid nennen. Vielleicht vom 4-Let's-Play. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Zombies und anderes Tier sich immer angezogen fühlt von Fackeln. Und übrigens frage ich mich, wo die Tiere sind. Da war doch mal eine riesen Schafsherde, die ist irgendwie weg. Und ich sehe hier gerade auch... gar nichts eigentlich. Moment. Hier, Options sind wir gerade auf easy, wie gewünscht. Tja. Aber irgendwie sieht es hier... sehr verdächtig leer aus. Und ich sehe da auch nichts... Ist das vielleicht irgendwas Monströses? Oder ist das nur ein Busch? Doch, da hinten ist eine Spinne, habe ich gerade gesehen. Und da ist ein Creeper. Sieht man vielleicht auch Vollbild. Habe ich ganz klein gesehen. Millimeter-Arbeit. Weißt du, mit meinem Adler-Auge. Habe ich da mal ran gelinst. Jetzt machen wir... Legen wir uns einfach mal auf die Schnauze. Das ist ja immer besonders schön. Aber andererseits können wir auch gleich hier unten bleiben. Dann räume ich da hinten die Erde eben wieder weg. Was soll der Geiz? So. Dass hier mal ein bisschen Speed reinkommt. So. Und lalalalala. Lalalalala. Bob, der Meister. Können wir es schaffen? Bob, der Meister. Nee, das schaffen wir auf keinen Fall. Und dann haben wir gleich schon unseren zauberhaften Laminatboden hier verlegt. Oder noch besser, einen ganz tollen Dielenboden. Und die Bude vermieten wir dann irgendwie... Ich sag mal, für 1400 kalt vermieten wir die an irgend so ein Luxuspärchen, das gerne Inselurlaub machen will. So. Ich muss mich hier gleich mal ein bisschen vorsehen. Die Vorsehung. Ich bin ein bisschen heiser gerade, weil ich gerade den Minecraft-Trailer belabert habe. Und das ist ja nicht so, dass mir das sofort auf Anhieb gelungen wäre. So. Das Fenster hier ist übrigens ganz toll. Das habe ich gemacht, falls kleinwüchsige Leute zu Besuch kommen. Die sollen ja auch was sehen können, ne? Und wir gucken dann einfach in die Richtung die ganze Zeit. So. Haus ist fertig. Das war's, ne? Let's play. Ist vorbei. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na gut. Vielleicht sind wir doch nicht ganz so fertig. Aber man kann zumindest langsam mal was erkennen. Das ist doch schon mal viel wert. So. So. So, wie weit geht's hier noch? Nicht sehr weit. Langsam wird es doch. So. Jetzt mal überlegen. Wir haben hier den Grundriss eines Hauses. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also. Dann machen wir zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die Fackel ist genau auf der Mitte. Dann können wir hier nämlich schon mal so ein Provisorium an die Wand ziehen. Und ich zähle das immer deswegen ab, damit die Räume symmetrisch sind. Damit es einfach ein bisschen schnuckeliger aussieht. Also ein bisschen gerader fürs Auge. So, Tür brauchen wir nicht, weil wir mauern uns jetzt ein, lassen uns DSL legen und nehmen den ganzen Tag Let's Plays auf und ernähren uns von irgendwelchen Resten, die wir zwischen den Holzdingern hier finden. Das ist ein Leben. So. Hopp. Wie man es sich nur wünschen kann. Huch. Bin ich doch glatt in die Ritze gerutscht. Das ist mir ja noch nie passiert. Es ist verdächtig ruhig hier, mal ganz ehrlich. Ah, da hinten sehe ich noch einen Zombie oder irgendwas und eine Spinne. Aber Tiere sehe ich überhaupt keine. Keine Kuh, kein Schaf. Komisch. Naja. Leider haben wir noch kein Glas. Das heißt... Leider auch, dass wir uns noch kein Glasdach oder irgendwelche schönen Spiele reinmachen können. Was wir aber machen können, das ist nämlich mal folgendes. Wir haben ja 23 von den Steindingern und daraus basteln wir uns jetzt einen schicken... Hui! Einen schicken Schmiedeofen. Den können wir willkürlich irgendwo hinballern. Das machen wir jetzt erstmal... Tja, nun also M. Ach, wir brauchen übrigens neues Holz. Das mache ich auch mal ganz kurz am Rande. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wo wir den Schmiedeofen hinpacken können, weil ich weiß es noch nicht genau. So, eigentlich könnte man auch direkt mit dem Holz bauen und so ein paar schönere Ornamente hier rein zaubern. Weil momentan sieht es ja mehr aus wie so eine alte... Weiß ich nicht was... Ach, es wird langsam Tag. Sieht noch ein bisschen schäbig aus hier. Und jetzt überlegen wir uns mal... Hier haben wir so... La la la... Das heißt, hier machen wir einfach eine Dreiertür rein. Die schlage ich hier einfach mit dem Schmiedeofen rein. Das ist kein Problem. Also ich habe jetzt Muskelmasse aufgebaut vom Bauen des Hauses. Und da kann ich ganz locker so einen Schmiedeofen durch die Gegend schwingen und damit hier einfach die Wand einreißen. Das ist einfach ein leichtes für mich. Das ist einfach ein Schmiedeofen. Das ist einfach ein Schmiedeofen.